Jetzt habt ihr mich angezwibelt mit hier Dingens, ne? Jetzt habt ihr mich angezwibelt mit den Folgen. Wir müssen uns auf jeden Fall eine reinziehen. Ich bin vom Reinscha-Team. Ich sag euch, wie es ist, wenn irgendwas los ist. Ich komme, ich suche. Oh, Mann. Ich sag dir, wie es ist, meine Gedanken sind im Dschungel, Mann. Ich lieb dich, Mann, sag ich, knuddel dich. Ach, du grüne Neule. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, gestern Abend, ich hab seit sehr, 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 sehr langer Zeit mal wieder Twitch mir reingezogen, aber auch lang. Und zwar, äh, hier, äh, Stream von, wie heißt der Dude? Mit dem Knossi, das Seven vs. Wild macht man? Wie heißt der Dude? Fritz, Fritz. Ey, es war super interessant. Ich weiß auch nicht, ob, warum, ob das vielleicht jetzt so ist, weil wir gerade das hier auch so Survival-Sales machen. Aber der hat sich da Videos reingezogen. Ey, das war, äh, das war krass. Du nimmst einen alten Socken, dann von Muscheln, du kratzt irgendwie Muscheln aus, machst es in die Socken rein, bindest, äh, den Socken oben um und schnürst ihn zusammen und hältst den einfach ins Wasser. Äh, und die Krabben gehen dann, äh, nämlich da, die werden irgendwie angelockt von dem Muschel-Stuff. Äh, und, äh, gehen dann da dran und lasst noch nicht mehr los. Das heißt, du kannst dann einfach irgendwann so die Dinger rausziehen. Nicht Fritz, sondern der hat so einen Typ geguckt. Der hat sich so einen Dude reingezogen. Und da meint er halt, egal wo er war, so hat er immer Essen bekommen, so. Äh, TV, Netflix, quasi die beste Staffel. Ehrlich jetzt? Okay, jetzt müssen wir uns reinziehen. Also vielleicht müssen wir heute echt einfach eine Folge, das wird natürlich auch zu Daisy passen, ne? Wir sind hier gerade auf dem Survival-Trip. Das wird natürlich auch passend. Ich kenne niemanden und ich habe das auch noch nie gesehen. Ich kenne auch nicht Seven vs. White gar, ich habe gar nichts geguckt. Null. Ich bin gleich wieder im Chat. Ich mache uns erst mal hier was zu essen. Brennt's? Leute. Warte mal, regnet es noch? Ja, regnet es noch, wisst ihr was? Wir locken hier aus und gucken die erste Ding. Sieh natürlich. Wir gucken die erste Folge, oder? Folge 1. Okay, 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 okay. Geil. Das heißt, wir können jetzt unsere ganzen Skills, die wir in Daisy bekommen haben, erste Folge geht 31 Minuten. Das ist doch schon mal geil. So, wir ziehen uns das jetzt rein. Ihr habt mich angezeigt. Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen bei Seven vs. White. Ja, ich bin der Hans-Peter. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin dabei in der Wildnis und mir geht es ganz gut. Ich bin sympathisch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Feinschmecker, Gear Junkie. Beer Junkie? Achso, Gear Junkie. Sorry. Ich sage dir, wie es ist, man. Kompliziert wird's, wenn ich meine Arme überkreuz, man. Dann bin ich in Angriffstellung, man. One Love Bomben ist super sympathisch, man. What up, Doc? Ich sag dir eine Sache, Doc. Wenn wir uns treffen im Wald, Doc. Gibt's Probleme, Doc? Nicht nur ein Problem, Doc. Das ist mein Finish im Blick, Doc. Hey, aber mal Real Talk, Respekt an alle, ne? Wirklich, wenn du das durchziehst, Respekt, man. Ich sag dir eins, Bart. Und wenn wir uns nach der Schlägerei im Dschungel wieder vertragen haben, dann begrüße ich dich so, man. Mit dem Daumen nach oben. Hehehe. Na klar. Ich sag dir, wie es ist, man. Und ich in der Wildnis bin ganz alleine, man. Hab ich eher den Pokerblick drauf. Pokerface, man. Okay, man. Ich bin der nächste Kandidat und ich sag dir ehrlich, man. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich mach, man. Ja, man. Eine Sache, man. Ich sag dir, wie es ist, man. Ich hab ein Messer. Ja, eine Sache, man. Ich weiß gar nicht, was ihr da alles auf den Boden werft. Verdammte Scheiße, man. Ich muss Platz sparen. Ich nehm einfach einen Feuerstein, man. Na klar. Und was man auch wirklich, das habt ihr vorher noch gesagt, ne? Ähm, was ihr vorhin gesagt habt, weil ich gefragt hab, ey, kennt man irgendjemanden? Ich kenn wirklich niemanden, aber bis jetzt echt alles coole Dudes, man ist krass. Äh, ich bin's der Martin und ich sag dir, wie es ist. Ich weiß gar nicht, warum der Typ nur zwei Sachen dabei hat. Ha, ist der verrückt langer. Der ist verrückt. So, wir machen das genau so. Wie aus dem Nichts entstanden. Daisy, morgen früh wieder Daisy ein paar Runden und dann gucken wir weiter Seven vs. Wild. Leute, in diesem Sinne, ey, ich bin raus. Hat Spaß gemacht. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Wenn Vibe ist, ist Vibe. Äh, One Love, man.